Wie sehr ich davon träume, ihr auch mal zu begegnen. Mrs. Apu, ich bin sicher, dass sie ein Mensch wie jeder andere ist. Weißt du, Mrs. Apu, ich habe Katja aus der Nähe gesehen und sie ist wirklich nicht hübsch. Das kann ich dir versichern. Sie sieht eher aus wie eine Kröte, als wie eine Prinzessin. Bereit für gute Laune pur? Gleich geht's los mit... Die Nectus. Abenteurer der Tiefe. Das ist doch echt cool, oder? Jetzt auf www.togo.de. Neue Pokémon-Folgen. Was, echt jetzt? Oh Mann, genial! Ash trainiert für die Meisterschaften. Pikachu, du bist dran! Ich hab mich verbessert! Und Go findet extrem seltene Pokémon. Das war ja der Hammer! Die spannenden Abenteuer gehen weiter. Wir haben noch jede Menge auf Lager. Die neuen Folgen Pokémon-Meisterreisen. Jetzt jederzeit kostenlos auf www.togo.de Oder Samstag und Sonntag um 10.30 Uhr im Fernsehen bei Togo. Jetzt kommt Verbik. Kriss Zeiten und gehe deinen Lieblingsbeschäftigungen nach. Ob schwimmen, angeln, einkaufen oder deine Pflanzen gießen. Du allein bestimmst, was du tun möchtest. In Animal Crossing New Horizons. Auch erhältlich im Nintendo eShop. Mit dem Nerv Ultra Select hast du die Wahl. Maximale Reichweite mit den Ultra Darts. Oder umschalten auf Ultra Präzision mit den Akku Strike Darts. Blaster Action wie noch nie. Mit dem Nerv Ultra Select. So geht Action. Hier kommen die Royal Enchantimals. Einfach zauberhaft. Pegasus und Phönix mit tollen Flügeln. Der perfekte Rock für eine Meerjungfrau. Auf ins Abenteuer mit der Prinzessinnenkutsche. Royal Enchantimals. Puppentierfreunde und Spielsets. Jetzt geht's Spiel und Spass. Mit Tom und Sherry. In dem Happy Meal. Und dazu ein Boss des Erfrischenschen. Ein giftiger Gorilla greift Hot Wheel City an. Er verschwingt Fahrzeuge und macht gefährliche Geräusche. Herausforderung angenommen. Ab durch den Looping, um ihn zu besiegen. Das war's, Gorilla. Hot Wheel City Gorilla Slam. Spielzeit mit Geräuschen. Disney Prinzessin. Vorhang auf für das Disney Prinzessinnen-Festtagsschloss. Wow, eine königliche Schaukel und ein Feuerwerk. Viel Spaß im Disney Prinzessinnen-Festtagsschloss von Hasbro. Nummer 8. Okay, los geht's. Hasta la vista. Für ihre Schocke-Füllung tut sie wirklich alles. Tresor. Hey, ich bin's. Wario. In meinem neuen Spiel geht es darum, schnell zu reagieren. Und diesmal können zwei Spieler gleichzeitig spielen. Es gibt mehr als 200 packende Mikrospieler. Nintendo Switch. WarioWare. Get it together. Hä? Was? Eine kostenlose Demo? Ist ja auch spitze. Barbie. Hi, Freunde. Willkommen in der Traumvilla. Wollen wir eine Übernachtungsparty feiern? Mit dem Aufzug nach oben. Musik an. Los geht die Party. Barbie Traumvilla. Mit Licht- und Geräuscheffekten und ganz viel Zubehör. Du kannst alles sein. Mini-Shale-Kreation für eine brillante Superi-Toilette. Aber es geht auch WC Frisch. Das neue WC Frisch Brilliant Shale All-in-One. Kraftvolle Reinigung, Schmutzprotektor, extra frische und ein beeindruckender Glanz. Einfach brillant. Neu WC Frisch Brilliant Shale All-in-One. Polly Pocket Rucksack. Darin steckt ein ganzer Freizeitpark. Mit Achterbahn. Und so vielen Fahrgeschäften. Ein Riesenrad. Foto. Zeit für Snakes. Polly Pocket Rucksack. Klein, ganz groß. Links. Rechts. Na, wie war's? Anstrengend, aber ich bin zufrieden mit meinem Fortschritt. Und, hast du noch Lust mit mir zu tanzen? Ja, na klar. Gewinner. Ja, los, kauf machen. Spielspaß für die ganze Familie. Nintendo Switch. Barbie Color Reveal Party Serie. Tauche sie ins Wasser und es schimmert. Mit noch mehr Überraschungen. Wow, die Farbe verändert sich. Es gibt so viel zu entdecken. Die neue Barbie Color Reveal Party Serie. Du kannst alles sein. Das ist Barbie Xie. Ich grüße euch. Hier ist Zayton, Anführer der Dino Fury Power Ranger. Zeig mir, was ihr drauf habt. Entdecke die Kraft in dir. Was passiert hier? Euer Planet ist in großer Gefahr. Und wir sind die einzigen, die ihn retten können. Dino Fury Power. Die Welt braucht jetzt ganz besondere Helden. Es ist noch nicht vorbei. Power Rangers Dino Fury. Montag bis Freitag um 14.30 Uhr. Und jederzeit in der Togo App. Freddy wollte ein großer Wehrwolf werden. Befreit das Tier in euch. Doch bei seiner Verwandlung gibt es eine kleine Überraschung. Was? Habt ihr noch nie einen Pudel gesehen? 100% Spannung. Du hast eine finstere Seite. 100% Spaß. Willkommen zu Hause. Was für ein süßer kleiner Fratz. Du doch bist. Die neue Serie. 100% Wolf. Die Legende des Mondsteins. Montag bis Freitag um 16.30 Uhr. Schaut mal, wenn wir auf die internationale Datumsgrenze zufahren, fängt mein Geburtstag früher an. Und wenn wir dann von dort so schnell wie möglich wieder wegfahren, wäre mein Geburtstag länger als ein ganzer Tag. Ich hätte also einen Geburtstag, der viel länger dauert als jeder andere. Das verstehe ich zwar, Ant, aber wir müssen für die Lieferung hierbleiben. Du wirst wohl nur so lang Geburtstag haben wie jeder normale Mensch auch. Hm. Hä? Sie ist hier.